Herzlich Willkommen hier bei Episode 0 vom neuen We Love MMA Podcast, denn wir lieben MMA und möchten euch den MMA-Fans, die ebenfalls MMA lieben, mit Informationen versorgen. Die Episode 0 dient ein wenig dazu, damit ich euch erklären kann, was euch erwartet. Im Prinzip dürft ihr euch Sonntagmorgens auf eine neue Episode freuen. Dort besprechen wir dann die aktuellsten Ergebnisse aus der vergangenen UFC Fight Night. Das heißt, Sonntagmorgen bekommt ihr die Ergebnisse und Geschehnisse von der UFC Fight Night zwischen Holly Holm und Irene Aldana. Gleichzeitig wollen wir aber in diesen Episoden auch einen kleinen Einblick in die nächste UFC Fight Night geben. Das heißt, wir haben jetzt Holm vs. Aldana am Wochenende. Sonntagfrüh wird das besprochen. Aber wir blicken auch in die Zukunft und schauen auf die nächste Fight Night, UFC Fight Night Morales vs. St. Hagen. Und deshalb möchten wir euch kurz und kompakt in wenigen Minuten erklären, was passiert ist, was kommendes Event passieren wird. Und allgemein ein wenig über die News sprechen, auch über unsere We Love MMA Events sprechen. Schaltet dafür auf jeden Fall ein in jedem gut sortierten Podcatcher oder natürlich auf Facebook und YouTube, wo ihr dann nicht nur die Audio zu hören bekommt, sondern im Hintergrund ebenfalls Kämpfe von We Love MMA sehen werdet. Vergesst übrigens nicht, dass es Samstagabends um 19 Uhr immer einen Livestream gibt, in welchem komplette We Love MMA Events gezeigt werden. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, wenn wir uns Sonntagfrüh wieder hören und darüber sprechen, wie denn Holm vs. Aldana und die restlichen Kämpfe von der Main Card ausgegangen sind. Ich freue mich auf euch. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.